Okay, wir haben nicht viel Zeit im Kolosso noch vor der Hochzeit zu finden. Aha! Hast du ihn? Nein, ich hab die Fernbedienung. Willkommen zu Hause, alter Freund. Max, konzentrier dich. Diesmal bist du schuld, wenn Kolosso die Hochzeit genauso zerstört wie die letzte. Unmöglich. Damals hatte Kolosso den Animalizer. Der Animalizer! Sehen wir nach, ob er noch da ist. Halt. Seit wann haben Mom und Dad ein neues Sicherheitssystem für den Animalizer? Das war letztes Jahr unsere Hochzeitstagsüberraschung. Und die Vase von mir, an der Sie sich täglich erfreuen. Okay, gut. Er ist noch nicht dran gewesen. Noch nicht. Sperren wir das Ding wieder weg. Warum kann ich's nicht schließen? Dich nicht dran zu lassen, war auch Bestandteil unseres letzten Hochzeitstagsgeschenks. Was soll's? War ein Versuch. Jetzt tauen wir die Fernbedienung auf und gucken, was läuft. Aber kann ich die mal kurz sehen? Klar. Hilf mir, den Hasen zu finden! Ja! Los! Hier kommt Kolosso! Hier! Eine Sekunde noch! Oh! Und da bin ich! Hab ich's dann geschafft? Nein! Zeig mir noch 50 Hampelmänner! 50? Ich dachte, du kannst nicht so weit zählen. Du widersprichst, dann machst du 12 und 50! Was macht ihr da, ihr Lieben? Daddy ist zu fett für sein Jackett! Jetzt noch! Aber nicht mehr nach den nächsten 12 und 50 Hampelmännern! Oh, Hank! Es ist egal, ob dein altes Jackett von vor 20 Jahren zugeht. Ich würde dich heiraten, auch wenn du sonst was trägst. Es geht nicht um deine Liebe und deinen Beistand, Bob. Das ist ein Wettkampf zwischen mir und dem Anzug und ich werde gewinnen! Hast du nicht schon mal 10 Pfund Schweiß verloren, als du im Kampf gegen einen Superschurken so nah an der Sonne warst? Das ist eine großartige Idee! Ich bin zurück, bevor wir heiraten! Thunderman, bringt sich in Faust! Ruf mich an, wenn du einen Trainer suchst. Ruf mich an, wenn du einen Trainer hast!